Auch 2013 öffnet die internationale Tattoo-Convention wieder ihre Tore. In den Frankfurter Messehallen kann man am Wochenende vom 22. bis zum 24. März den Körperkult bestaunen. Rund 600 Tätowierer präsentieren ihr Handwerk. Neben Tattoos wird dem Besucher auch Schmuck, Kleidung und Merchandise geboten. Auf der Bühne gibt es neben Musik-Acts auch verschiedene Wettbewerbe und Shows zu sehen. Das Thema in diesem Jahr ist Asien.